Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So, Leute, wie im Intro schon gesagt, heute wieder Favorite Pieces. Ich habe euch was rausgesucht, es sind ein paar coole Sachen dabei. Ihr kennt das Ganze, ich suche immer nur nach meiner persönlichen Meinung. Es ist keine Werbung, keine bezahlte irgendwas, sondern es ist einfach nur Pieces, die ich in den Shops suche, die mir gut gefallen. Und ich will gar nicht weiter drum herum reden. Wir schauen uns die Sachen einfach mal an. Los geht's! So, Leute, Piece Nummer 1 ist Leinen. Und zwar habe ich einen schönen Leinenanzug gefunden, den es in verschiedenen Colorways gibt. Ideal für die Hochzeitsseason, die jetzt quasi startet, wo ihr dann eingeladen seid und ihr dann nochmal einen schönen Anzug braucht. Da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Den gibt es in verschiedenen Colorways. Hier in Braun, in so einem Weiß, in einem Beige-Ton, Dunkelblau, in so einem helleren Blau, Kaki oder nochmal in einem anderen Blau. Ich würde euch ganz klar die Blautöne empfehlen, Beige oder Braun. Ich finde Braun sehr, sehr nice, hat auf jeden Fall was. Braun ist sowieso gerade extrem auch gern gesehen, zum Beispiel bei mir. Ihr müsst euch da mit den Sachen natürlich immer selber wohlfühlen. Und da habe ich quasi das Sakko und die passende Hose dazu. Und ihr könnt rein theoretisch auch euch nur die Hose bestellen, die cool kombinieren mit einem Lessing-T-Shirt oder ich sag mal hier Polo-Hemd oder mit einem normalen Hemd. Kann man auch kombinieren. Man muss das Ganze nicht immer als Anzug kaufen, aber bietet sich auf jeden Fall an und wirkt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und gerade das Thema Leinen findet ihr in vielen Online-Shops jetzt vermehrt als eigene Kategorie. Die Shops haben aufgerüstet und ich denke, das ist auf jeden Fall ideal für den Sommer, sich das ein oder andere Piece vielleicht jetzt schon anzuschauen und zu kaufen. Dementsprechend Leinen steht ganz, ganz oben auf der Liste und ja, die ersten zwei Pieces bei Mango. So, dann mache ich heute kein Shop-Hopping, sondern ich habe auch bei Mango noch eine dritte Sache gefunden und zwar eine Wildlederjacke, die es in zwei Colorways gibt. In einem schönen Braunton und dann nochmal in so einem karamellfarbenen Ton, ein bisschen helleres Braun. Ich finde, dass die erste Variante auf jeden Fall ein bisschen nicer, hat auch wieder diesen Hemdjackenschnitt, auf jeden Fall cool. Ich habe eine ähnliche Jacke und ich kann euch sagen, ist natürlich ein Wildledermaterial. Das beschreibt auch den Preis, ist ein teures Material, dazu noch der Schnitt etc. Finde ich von der Farbkombo, wie es hier gestylt ist gut, allerdings ich finde den Style an sich nicht so nice, aber das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, wenn man das Ganze jetzt mit einem Hemd oder sowas kombiniert und einer schönen Hose, Jeans oder so, ein paar Paddyloafern, finde ich passt das auf jeden Fall gut. Und es ist eine sehr coole Jacke, die man im Sommer auf jeden Fall rocken kann, Wildlederjacke und es ist auch was Langlebiges auf jeden Fall. Deswegen drittes Piece, auch hier bei Mango, eine coole Wildlederjacke. So, dann bin ich auf Zara gestoßen und habe bei Zara durchgeschaut, die haben auch viele neue coole Sachen reinbekommen. Ich habe jetzt hier, um mal ein bisschen auch das Thema Sommer so ein bisschen aufzugreifen, ein Seasuckerhemd gefunden. Ich weiß nicht, ob das was sagt, aber ich kann euch das Ganze mal zeigen und ihr seht das hier so. Das ist ein Seasucker-Material, cooles lässiges Hemd in weiß, macht man auf jeden Fall nichts verkehrt, es gibt es auch noch in blau. Und das ist eine gute Alternative zu Leinen, wenn ihr sagt, hey Leinen, keine Ahnung, ist nicht so mein Stoff. Es knittert mir zu sehr, aber die normale Baumwolle ist mir im Sommer ein bisschen zu warm. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Material als Alternative, Seasucker nennt sich das. Und wie gesagt, das gibt es in weiß und in blau. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, kann man cool kombinieren im Sommer. Auch hier wieder diese Farbkombo, das sind so Kontrastfarben, die gut miteinander harmonieren. Wir werden die Tage auch mal über das Thema Farben generell reden, wie oder was man farblich was machen kann, ein bisschen kombinieren kann. Da muss ich ein bisschen was vorbereiten. Aber finde ich, das Thema Farben ist auf jeden Fall auch etwas, was extrem wichtig ist und wirkt auf jeden Fall harmonisch von den Colorways. Ob ich das so stylen würde, weiß ich nicht. Sieht aber auf jeden Fall bei dem Model auf jeden Fall lässig aus. Und das ist Piece Nummer 4. So, dann haben wir diese Mohamed Ali Kollektion und da gibt es ein relativ cooles Sweatshirt, finde ich. So ein Pullover mit einem Aufnäher drauf vorne, mit so einem dicken A, so in diesem College-Stil. Gefällt mir auch gut, hat auf jeden Fall was in diesem Pastellton, Pastellgrün. Ja, so ein Mix aus Grün und Beige. Sehr, sehr leicht und angehaucht. Wirkt aber auf jeden Fall nice. Auch das ist eine sehr, sehr schöne Kombo für den Frühling. Gerade, wo man dann die Jacken teilweise vielleicht sogar weglässt und dann nur im Hemd oder im Pullover rausgeht. Wirkt das auf jeden Fall sehr nice. Und ja, hat mir gut gefallen dementsprechend. Auch den habe ich mit reingenommen. Findet ihr auch bei Zara. So, dann war ich auf Zalando unterwegs. Und ihr kennt das Ganze ja bei Zalando. Der Shop ist einfach immens groß. Und wenn man nicht was ganz Spezielles sucht, dann sucht man sich wirklich da einen Arsch ab quasi. Dementsprechend bin ich einfach mal in die Designer-Kategorie reingegangen, die nicht so riesig ist. Aber ich habe da einfach mal durchgeguckt. Und natürlich habt ihr auch Pieces, die immens teuer da sind. Ich bin ein bisschen erkältet. Nehmt mir das bitte nicht übel. Und ich habe einfach mal was rausgesucht, was so lästige T-Shirts betrifft für den Sommer. Und ich habe von Firuji dieses T-Shirt hier gefunden. Und das hat dieses, wie soll man sagen, dieses Aufgestickte, dieses Selbstaufgestickte mit einem schönen Spruch. Habe ich gesehen. Finde ich, ist es auch noch bezahlbar für ein T-Shirt. 90 Euro ist natürlich schon teuer. Aber man hat hier auch eine Designer-Brand, die ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber die auf jeden Fall was hermacht. Weil die Idee ist sehr, sehr schön. Und das hat mir gut gefallen. Und achtet da einfach auf die Passform, wie das Ganze getragen wird. Guckt einfach, hat einen Regular Fit. Wollt jetzt ein bisschen Oversized haben, geht eine Größe, größer, etc. Und dann müsst ihr halt schauen, welcher Stil oder wie ihr das Ganze kombinieren möchtet. Ich finde es aber so ein sehr cooles, lässiges T-Shirt für den Sommer auf jeden Fall gelungen. So, eine zweite Variante habe ich gefunden. Und das gibt es in zwei Colorways. Einmal in schwarz und einmal in weiß. Und zwar ist das von The Koopels. Ganz minimalistisch. Aber ich finde, das hat schon so einen kleinen, smarten Charakter, das Hemd. Besonders das T-Shirt. Und zwar habt ihr hier auf der Brust ein Herz mit einem Streichholz, was quasi das Herz anzündet. So ein bisschen ein verbranntes Herz. Das ist natürlich irgendwie bildlich schon ein bisschen physisch spricht. Und finde ich auf jeden Fall sehr nice. Das kostet 75 Euro von The Koopels. Darunter noch ganz klein der Spruch. The Koopels hat auf jeden Fall was. Gefällt mir gut. Findet ihr bei Zalando auch für 75 Euro. Wie gesagt, ihr kennt das. Alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. So, dann das Thema New Balance Schuhe. Und da ist eine sehr gute Alternative rausgekommen zu den teureren New Balance Modellen. Zu diesen Dead Sneaker Modellen. Ich habe da ja letztens ein Video drüber gemacht. New Balance Schuhe, die ich quasi feiere. Und da ist jetzt eine coole Alternative rausgekommen. Und ich habe hier einfach mal beispielsweise den Shop Asphalt Gold mit reingenommen. Ihr müsst das Modell einfach googeln. Dann findet ihr auf jeden Fall noch andere Shops. Und den gibt es in verschiedenen Colorways. In so einem Grauton, in so einem Weißton und in so einem Beige-Ton. Sehr, sehr cooler Schuh. Der nennt sich ML725. Gibt es in ein paar Größen noch. Aber wie gesagt, guckt auch mal andere Shops durch. Und ich finde, das ist eine sehr gute Alternative. Weil hier zum Beispiel seht ihr, der kostet 120 Euro. Wenn ihr so ein 992 oder sowas ähnliches, was ich habe, euch kaufen möchtet, dann zahlt ihr auf jeden Fall über 200 Euro. Dementsprechend da ist auf jeden Fall Preis-Size gesagt. Ist auf jeden Fall fair. Dementsprechend sehr, sehr nice. Den gibt es auf jeden Fall bei Asphalt Gold. Dann habe ich etwas gesehen, was letzte Woche rauskam. Und zwar ein Nike Dunk Low in grün, der sowieso extrem angesagt ist. In der Vintage Green Variante. Der allerdings nur in Amerika und nur in der Woman Size rauskam. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, wenn ihr euch den kauft. Und da würde ich euch empfehlen, über StockX zu gehen. Weil das Ganze noch bezahlbar ist. Ob ihr da eure richtige Schuhgröße nehmt. Und da müsst ihr auch wieder drauf achten. Woman Size ist halt anders. Was US Women Size als EU zum Beispiel. Und da müsst ihr einfach über die Größentabellen gehen. Und dementsprechend eure Schuhe raussuchen. Ich wollte das Ganze auf StockX auch aufmachen. Aber irgendwie spinnt mein PC. Beziehungsweise StockX hat irgendeinen Bug mit drin. Ich springe immer wieder auf diese Datenschutzrichtlinien. Bestätigen, das mache ich. Und es passiert im Prinzip gar nichts. Also ich kann mich da irgendwie mit dem Google Chrome hier nicht einloggen. Mit meinem MacBook habe ich da keine Probleme mit. Aber mit dem normalen PC auf jeden Fall Probleme. Mit der App habe ich zum Beispiel auch keine Probleme. Deswegen ist ein sehr, sehr cooler Schuh, der rauskam. Der wirklich unter dem Radar war. Weil der nur in der US rauskam. Und checkt ihn auf jeden Fall ab. Kann ich wirklich ihm nur empfehlen. Sehr, sehr geil. Gerade weil er diesen Vintage-Flam mit drin hat. Sehr, sehr nicer Schuh. So, und dann zu guter Letzt habe ich gesehen, allzeit bekannt, ist aber reingekommen bei Armie Paris. Und zwar diese Strickpullover, die so ein bisschen gecropten, sehr, sehr clean Look haben. Und gerade diese beige Variante, die ja rauskam. Natürlich, Armie Paris, sehr teuer, muss man sagen. Für so ein Strickpullover, 340 Euro. Ist schon eine dicke Hausnummer. Ist allerdings auch eine der gehoberen Brands, wie zum Beispiel auch Sandro Paris, etc. Da kann sowas auf jeden Fall schon ein bisschen teurer sein. Aber er könnte sicher sein, dass das Material auch sehr, sehr nice ist. Und der Schnitt wirkt auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen Pullovern ein bisschen, ja, moderner. Ein bisschen mehr gecropt und sowas alles. Wirkt auf jeden Fall sehr nice. Und gerade dieser beige hat mir extrem gut gefallen. Es gibt ihn natürlich auch noch in schwarz, in so einem Aquaton, in so einem Grünton oder halt in so einem Pink. Ich muss aber sagen, der beige gefällt mir von allen vier Colorways auf jeden Fall am besten. Danach klar der schwarze. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Pastelltönen. Wirkt er aber bei anderen Leuten sehr, sehr nice. Dementsprechend, der ist reingekommen. Da müsst ihr einfach gucken, wenn ihr Bock auf sowas habt. Einen coolen Strickpullover. Für den Sommer macht ihr auf jeden Fall auch nichts verkehrt. Frühling, Sommer. Und der ist jetzt bei Ami Paris am Start. So Leute, das war es wieder mit meinen Favorite Pieces der Woche. Ich hoffe, euch das Ganze gefallen. Wie gesagt, alle Links findet ihr wie immer unten in der Infobox. Falls ihr ein Abo dalassen wollt, ein Like, würdet ihr mich wie immer mega unterstützen. Versucht sowas fast wöchentlich zu machen, um euch da einmal die Woche so ein bisschen Updates zu geben. In Sachen Shops, was gibt es Cooles. Ist natürlich immer auch alles mein Geschmack. Mein Geschmack muss noch lang nicht euer Geschmack sein. Aber ich denke, da sind immer ganz coole Pieces dabei. Und das Feedback, was ich bekomme, ist auf jeden Fall auch immer nice. Ich freue mich darüber auch immer. Und dementsprechend, checkt das gerne ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace Leute. Ciao.